Herzlich Willkommen zum zweiten Video hier meines Let's Play zu Aura Kingdom. Ich bin immer noch Jetsu, ich bin immer noch auf Yamael und ja, im letzten Video wurde ich, unter dem letzten Video wurde ich gefragt, warum denn mein Charakter so viel Damage macht. Ich möchte das kurz erklären, woran das liegt, dass bei mir die Gegner vielleicht deutlich schneller liegen als bei euch. Das liegt zum einen daran, dass ich ein Grund Damage von 3659 habe. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, woher kommt denn der viele Damage her? Ja, das liegt hier dran. Ich habe Angel Level 10 und dieses Angel Level 10 bringt mir 2476 Schaden dazu. Am Anfang ist das sehr viel und genau daher kommen diese vielen, ja, letztendlich die vielen Schadenspunkte, die ich mehr mache und deswegen kann ich die Gegner so leicht am Anfang durch Daumen bürsten. Das geht natürlich bei vielen von euch nicht so schnell, das ist klar. Ihr müsst dann aber halt auch nicht die Flinte ins Korn werfen und sagen, ja, bin ja richtig scheiße, der macht die halt down. Ja, heute ist geplant, einfach weiter zu questen. Ich wollte aber jetzt gleich, wenn ich die Quest hier angenommen habe, ähm, auch noch auf was anderes aufmerksam machen. Wir bleiben dabei, weiter auf Schaden gehen. Ähm, und zwar geht es darum, dass, ähm, noch was weiteres dazu zählt. Und zwar, ähm, die Titel. Ja, die Titel bringen halt auch noch einiges dazu. Man sieht hier unten Schadensbonus 44. Ja, das bringt halt auch einiges dazu auf diesem Charakter. Und dann habe ich ja diese, oh, die Quest ist fertig, ja, so schnell geht das. Man muss echt aufpassen. Ähm, dann habe ich ja die tolle Leiste dort schon angesprochen. Und die ist dazu da, die ein oder anderen Skills von euch zu verbessern. Und das sind die Skills Bodenschützer, Drachentöter, Himmelsspalter, Eisspalter, Fallenklinge, Heilige Predigt, Göttlicher Donnerschlag. Ja, und das ist zum Beispiel der, ähm, die ersten beiden Skills sind dann beispielsweise die ersten, also die Skills, die wir jetzt dazu bekommen, können wir dadurch halt verbessern. Und dann machen die nochmal mehr Schaden. Das ist jetzt bei mir eher uninteressant am Anfang. Aber später durchaus wichtig. Ja. Ähm, ich möchte ja die Klasse auch nicht klären. Ja, ich klicke mich hier ganz schnell durch die Quest durch. Wer das lesen möchte, der muss halt umständlich immer, äh, pausieren. Und jetzt haben wir den Trank hier geschluckt. Und oh Wunder, er hat nicht die Wirkung, die wir erwartet hätten, sondern uns geht es dadurch noch schlechter. Herzlichen Dank auch. So was hat man doch sehr gerne, ne? Dass man zum Arzt geht und der einen behandelt und danach geht es einem noch schlechter. Ja. Jetzt haben wir so eine komische Kugel uns hinterherlaufen und, äh, uns wurde auch gerade gesagt, ja, wir können durch Doppelklick und dann, ähm, also man muss springen und dann erdrücken, dann kann man gleiten. Dadurch kommt man sehr schnell durch die Map und das ist halt der von Vorteil, solange man kein Mond, äh, kein Rett hier hat. Ja. Und anscheinend sind wir nicht die einzigen, die dieses Problem haben, denn Herr Bertha reagiert so, als würde sie das Problem bereits kennen. Und schon sind wir in Level 6. Weiter auf Damage gehen. Nebenbei weiter Monster zu machen. Das ist immer praktisch, wenn man das hinbekommt. Ah, einfach schön auf Schaden gehen. Da macht man nichts falsch. Ah, wir wollen ja einen Damage-Dealer spielen und der sollte gut Schaden machen. Hm, das ist schon echt traurig, dass ich die hier alle one-hitze, dadurch, dass ich das Angelevel so hoch habe. Ja gut, dadurch kann ich den, das Let's Play ein bisschen länger machen, äh, kann ich ein bisschen, bin ich ein bisschen schneller oben. Oh. Ja, also was ich auch erklären möchte, wenn ihr auf Ende drückt, könnt ihr halt die Quest direkt abgeben und dadurch seid ihr nochmal deutlich schneller unterwegs, als ich jetzt bin, weil ihr müsst euch halt nicht durchklicken. Ich schreibe mir sowieso, lest sich das irgendjemand von euch durch. Schreibt mir einfach in die Kommentare, wenn ihr das lesen wollt. Ansonsten, äh, mach ich quasi den Speedbarn ab der nächsten Folge, dass ich hier mal auf Ende klicke, weil, äh, ja, ich persönlich habe jetzt nicht so das große Interesse, die Story mehr durchzulesen. Ich hab das einmal bei einem Korrektor komplett gemacht. Und glaubt mir, ich weiß nicht mehr alles. So, und, äh, bei den Quests kommt man in der Regel mit der Autoroute eh gut durch. Und wenn man dann mal Probleme hat, etwas nicht weiß, dann kann man halt immer noch den Questtext durchlesen. Im Nachhinein. Ja, so fährt man eigentlich bei MomRPG. Ist immer gut. So, ich will mal den Himmelsspalter. Oh, der sieht ziemlich cool aus. Ich wollte ihn mal ausprobieren. Ich habe ihn natürlich jetzt verbessert, aber das sah echt cool aus. So, ja, könnt ihr schon wieder raus. Innenhöhlen und Dungeons, das Gleiten leider nicht erlaubt. Ja. Da müsst ihr wirklich rumlaufen. Da hilft euch auch kein, äh, Mount. Das bringt gar nichts. Ja. Die Quest ist auch wieder beendet. Wahnsinn. Das geht hier ja schneller als, äh, das Bedürfnis auf Ende zu drücken ist echt groß. Ja, jetzt haben wir auch unser erstes Reit hier. Das wird jetzt hier auch grad schön ange, äh, gezeigt hier mit chinesischem Schriftzeichen, weil die Bilder halt vom chinesischen Server sind. Also, taiwanesischen, um genau zu sagen. Wie kommt die aus? Taiwa. Und, ja. Wir kriegen hier gerade gesagt, dass jemand namens Uffern anscheinend auch ein Alten. Ja. Gut, wer das ist. Keine Ahnung. Wir sehen, hatten wir noch nicht. Das habe ich hier bisher. Aber ich glaube, wir werden hier früher oder später sein. Ja. Im Moment kennen uns die Leute noch. Okay, die ist wirklich nur so kurz hier fest. Sicher ist sicher. Ja. Jetzt müssen wir Waldlaufhobel machen. Und, wie gesagt, das ist jetzt super, es sieht super einfach aus. Ich erinnere mich aber noch daran, als ich noch nicht an Level 10 war. Das ist noch gar nicht so lange her. Äh, da war es so, dass ich hier schon durchaus länger gebraucht habe. Also, der Unterschied ist wirklich eklatant. Und, äh, ja. Ein, äh, Anreiz für neue Charaktere ist es auf jeden Fall, Level 10 zu haben. Dann ist das hier super einfach. Leute, dann, dann macht das auch Spaß, hier durchzulaufen. Im Sinne von, man hat nicht das Gefühl, ach, ich verschwende hier unnötig meine Zeit. Sondern man kommt wirklich schnell durch. Ja. Wir reden hier mit den ganzen Typen, die uns kennen. Wir kennen die anscheinend auch. Ähm. Ja. Ja. Es lohnt sich nicht, die Nähe erkennen zu lernen, weil wir sind aus dem Gebiet bald sowieso raus. So. Kisten einfach eingesammelt, wo man sich fragt, warum macht der das nicht auch selber? Ja, wenn man den Text gelesen hat, dann weiß man auch warum. Wir denken uns jetzt einfach nur, geile Sache. Denn, äh, für so ein paar Kisten aufheben haben wir ein Level abbekommen. Wir sind schon Level 8. Ja. Cool. Ja. Nächste NPC, Biederquest abgeben. Wie das halt so in der MFKs ist. Die müssen wir jetzt sogar wählen. Gehen natürlich auch die Ausrüstung, die uns Schaden dazu gibt. Ja. Können die ausrüsten. Das ist auch noch eine Rüstung, die gibt nur leider LP dazu, aber ist ja egal. Die ist besser als die, die wir derzeit haben. Und schon. Und schon. Wird hier geklopft wieder. Ja, Gebüßwichtel habe ich schon. Das Leuchten ist übrigens die Archäologie. Wer den Archäologie-Guide noch nicht gelesen, geschaut hat, kann ihn sich hier anschauen. Und erkläre ich das. Ähm, ja. Irgendwie droppen die nix. Ja. Ja. Ach so. Hä? Wieso sind denn Ausrufezeichen auf den Böswichteln teilweise drauf, wenn ich die nicht mehr brauche? Das ist ja strange. Na egal. So, wir machen weiter. Meine Mutter, da ist ja nix trocken. Die haben ja schon alles. Ah, es ist wie in jedem Spiel wie ASD und ihr könnt halt so spielen, wie ihr es für richtig haltet. Hier ist auch noch ein Ausrufezeichen, das nehmen wir auch noch mit. Veredelungskunst. So. Denn hier wird quasi das Veredeln einem beigebracht. Wir müssen als erstes, ähm, einen Waldkern craften. Ich weiß gar nicht, ist das so ein Schmuckkern? Ja. Müsste ein Schmuckkern sein, ne? Ähm, hier. Okay, wir brauchen erst den Waldkern. So, Formkernwaffe? Nee. Wüstungsformkern. Ist der da dabei? Ja. Hier. Es ist halt schwer. Ich hab jetzt schon total viele Sachen, äh, gelernt halt, mit einem hohen Rektor. Ansonsten ist es halt mega schnell zu finden, ja. Also, hier diese Quest, als kurze Erklärung, soll, ähm, quasi das Veredeln einem beibringen. Ähm, schaut euch die an, es ist an sich sehr einfach, ihr lernt halt die Muster hier oben über leeren. Und dann wählt ihr die Muster hier aus. Wenn ihr die an Items habt, könnt ihr sie einfach herstellen. Äh, die Rüstung. Und dann müsst ihr dann quasi hier mit Rechtsklick die Sachen reinbringen. Und schon seid ihr fertig. Jetzt müsst ihr das Ganze noch ausrüsten. Und ihr habt die Quest fertig. Schwupps, sind wir Level 0. Ja. Ja. Nix schweres. Ähm. Ihr habt eine hundertprozentige Erfolgschance, dass ihr etwas baut. Das ist nicht wie in anderen Spielen so. Da hat es auch eigentlich sehr, sehr freundlich gegenüber den Spielern. Dafür kostet das nachher auch noch ein bisschen was. Aber, ja. Ja. Hundertprozentige Bauerfolg. Das hätte man doch auch sehr gerne in anderen Spielen gehabt, wenn ich mich an Eden Eternal erinnere. Ja. 10% Erfolgschance. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Jetzt müssen wir mit Elena reden. Und, ja. Die wird uns erzählen, wie es weitergeht. Ja. Wieder viel Gerede. Jetzt müssen wir die Waffe auswählen. Wir machen auch von der Waffe aus ein bisschen mehr Damage. Ich sage jetzt hier mal, der Unterschied ist hier schon 300 Schaden mehr. Joa. Ne. Ist jetzt bei mir nicht ganz so viel. Also ihr werdet das kaum merken, dass ich jetzt eine bessere Waffe anhabe. Aber für die Leute, die den Angelerfolg, äh, äh, noch nicht Level 10 haben, das sind wahrscheinlich sehr viele Leute, ähm, die neu anfangen gerade. Ähm. Für die ist das gut. Ne. Es macht einen guten Unterschied. Einen deutlichen Unterschied. Ähm. Ja. Es ist ein bisschen blöd, äh. Ich mache hier so ein Let's Play für Neulinge und mache halt mega viel Schaden. Ja. Es ist ja nicht nur... Nein. Ja. Und schon haben wir ein neues Ausrufezeichen gefunden. Und wie das so ist, das schnappen wir uns natürlich jetzt auch. Die Fischerfamilie. Wir reden hier einfach nur mit der... Und jetzt kriegen wir das Angel erklärt. Bei einem Klick auf deine Angel geht es los. Ja. Es ist eigentlich auch ziemlich einfach. Dort verweise ich jetzt mal einfach an meinen Angel Guide. Dort ist das auch beschrieben. Ähm. Ähm. Einfach irgendwie Guide Liste reinschauen. Dort gibt es einige nützliche Sachen. Ich werde das auch weiterhin noch erweitern. Ähm. Will nur halt jetzt nebenbei noch diesen Content hier zu Aura Kingen liefern. Weil bei Aura Kingen gibt es nicht so viel guten Content. Muss ich ehrlich sagen. Es ist halt wie bei Eden Eternal damals gewesen. Und es macht mir halt einfach Spaß, um Let's Play zu machen. Und ja. Dadurch hier das ganze hier ja alter Spaß machen sollte. Wie du es dir mache. So. Jetzt haben wir eine Angel bekommen. Kann die auslusten und jetzt kann man theoretisch angeln gehen. Haben wir jetzt aber nicht so die große Lust zu. Sondern wir wollen jetzt erstmal richtig schön weiter questen. Denn Elena erwartet jetzt auch darauf, dass wir fertig werden. Wir lassen den Charakter einfach laufen mit dem Divo. Bibo. Äh. Oder Bibo. Wie er halt heißt. Bibo. Ja. Ziemlich nerviger, äh. Nerviges Teil. Wenn ihr, äh. Ja. Lust und so weiter habt. Könnt ihr halt Boing Boing auch noch besiegen. Es ist ein seltenes Monster. Ähm. Ich rate euch da ein bisschen vorsichtig zu sein. Weil im Moment macht mir noch ein bisschen viel Schaden. Ich weiß nicht wie das mit dem Breitschwert geht. Also mit dem Heiligen Schwert. Könnte ja durchaus machbar sein. Also für mich ist das sowieso machbar. Aber ein bisschen Vorsicht behalten lassen. Äh. Das sind quasi Elite-Monster. Und die neigen dazu. Ein bisschen stärker zu sein als normale Monster. So. Jetzt geht's zu Elena. Dann haben wir die Quest auch fertig. Und ich verrate euch schon mal was. Ah. Wir kriegen jetzt gleich unser Item. Spoiler. So. Naja. Es war ja eh abzusehen, dass wir das irgendwann mal bekommen. Ja. Hier sieht man dann halt auch mal woher Leute die Archäologie machen. Ja. Das wird durchaus mal. Ja. Ja. Level 10. Das ist auch immer eine sehr geile Quest. Man muss jetzt einfach um die reden. Und dann ja. Hängen wir komisch da. Haben Schmerzen. Und da ist unser Item. Ich hoffe ja, dass man das Video jetzt sieht in der Aufnahme. Weil im ersten Video gab es ja Probleme mit dem Start-Video. Ja. Jetzt haben wir einen super Skill erlernt. Also unsere Eidolon-Attacke. Eidolon-Skill. Und mit dem können wir halt zusammen mit unserem Eidolon angreifen. Jetzt kriegen wir das Eidolon-System. Alles noch erklärt. Schön mit Videos. Ja. Es ist schon gut gemacht worden. Es ist schon echt gut gemacht worden, das Spiel. Im Sinne von, ähm, die Erklärungen. Es wird immer weniger logischerweise. Am Anfang kriegt man halt jede Menge erklärt. Und wenn man das Ganze schon mal gesehen hat, kann man es mit Escape einfach wegklicken. Ähm. Ja. In dem Fall sind das Videos vom englischen Client, ja. Also die Attacken sind nicht auf Deutsch gesagt. Aber immerhin haben wir eine deutsche Sprachausgabe. Joa. Jetzt müssen wir mit Kayn reden. Und wir nähern uns, soviel kann ich schon mal verraten, dem Finale von Skandia. Jetzt kann ich hier unten auch die Punkte verteilen. Ich sag's mal so. Wir gehen auf LP. Joa. Ich werde das jetzt noch fertig machen hier, bis zu der Quest, wo man dann Skandia halt verlassen muss. Ähm. Wir bleiben natürlich bei Schaden, weil wir wollen ja Damage machen. Ja. Und hier ist schon mal so ein Fall. Wir haben natürlich durch die Rüstung weniger Schaden. Ist aber egal. Ja. Ja. Da ist besagte Irfan. Ein totaler Vollidiot. Der meint, hier wäre mächtig wie sonst was. Ah. Man kriegt dann hier auch so Anfänger Schatz tun während dem Spiel. Wenn man dann auch mal einen Kahn Regenerationsträger nicht handelbar. Könnte man Weichzeite da oben reinpacken. Dann kann man sagen, okay, wenn ich nur noch 80% Leben habe, würde er es doch bitte einsetzen. Ja. Und da waren die beiden schon tot. Und. Ein erbitterter Kampf. Ich muss überleben. Okay. Einspalten wir jetzt. Oh. Da sieht sie mit Kür aus. Ja. Ja. Den haben wir auch besiegt. Die NPCs brauchen jetzt länger, um reinzukommen, als ich für den Boss. Auch immer cool. Der muss ja jetzt noch ewig labern. Ja. Ja. Und wir haben jetzt den Bürgermeisterjungen gerettet. Weil wir so cool sind. Jetzt darf man mit den Leuten reden. Aber irgendwie sind die doch nicht so zufrieden mit uns. Ja. Die haben letztendlich Angst davor, dass wir genauso werden wie die Irfan. Ich kann euch versprechen, es wird nicht passieren. Weil es wäre ja langweilig. Ja. Wir müssen auf der guten Seite bleiben. Weil auf der guten Seite findet man immer irgendeinen Bösewicht, der meint, er würde gewinnen. Und am Ende macht man ihn fertig. Ja. Es gibt doch nichts Schöneres. Ja. Werde ich einmal so wie er. Gute Frage. Nächste Frage. Das erfahren wir natürlich nicht im nächsten Video. Aber ähm. Ja. Im nächsten Video werde ich dann Scandi auch schon verlassen. Ja. Im Moment ist unser Charakter noch nicht so überzeugt vom Eidolon. Wir finden das natürlich super cool. Ähm. Ja. Ich hoffe euch hat auch dieses Video gefallen. Ich hoffe ich konnte vor allem am Anfang des Videos klarstellen warum ich so viel Schaden mache. Euch ein bisschen weiterhelfen. Ja. Wie das halt immer so ist. Es geht gemächlich los. Am Anfang kriegt man dies und das erklärt. Und ja. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal. Euer Izu.